Lehren und Lernen mit Rosa Luxemburg Rosa Luxemburg gilt als linke Ikone. Und dennoch wissen viele Menschen wenig über ihr politisches Wirken, über ihre Texte und Position. Dabei gibt es viel von ihr zu lernen, auch und gerade über das Lernen selbst. Hier soll dem in drei Kapiteln nachgespürt werden. Beim Wort ArbeiterInnenbewegung denken viele an Fabriken und Arbeitskämpfe. Sich zusammenzutun, um für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen zu kämpfen, war ein wichtiger Ausgangspunkt für eine organisierte ArbeiterInnschaft. Eine weitere wichtige Quelle dieser Bewegung waren die Arbeiterbildungsvereine. ArbeiterInnen und Arbeiter waren aus bürgerlichen Bildungsinstitutionen teilweise formal, teilweise de facto ausgeschlossen. Die Arbeiterbildungsvereine orientierten sich daher zunächst am bildungsbürgerlichen Kanon, um dem etwas entgegenzusetzen. Zunehmend jedoch lösten sie sich aus dieser Abhängigkeit und etablierten eigene Inhalte und Lernformen. Neben den Vereinen waren noch andere Wege und Orte wichtig, um sich über die eigenen Erfahrungen und deren gesellschaftliche Hintergründe auszutauschen. Kneipen waren eine solche Möglichkeit, Wanderlehrer, die gezielt zunächst zu Handwerkern, später zu Fabrikbeschäftigten sprachen, eine andere. Und auch die Literatur war eine wichtige Erkenntnisquelle, sei es in Form von utopischen Romanen oder für ArbeiterInnen verfasste Broschüren. Nicht zu vergessen die sozialdemokratischen Zeitungen, Versammlungen oder Kundgebungen. Die ArbeiterInnenbewegung hätte es ohne die vielfältigen Bildungsaktivitäten nicht gegeben. Mit zunehmendem Wachstum der sozialdemokratischen Bewegung und steigendem Einfluss linksbürgerlicher Intellektueller entschloss sich die Parteiführung, die Bildung der zukünftigen FunktionärInnen zu institutionalisieren. Die Ausbildung von Redakteuren, Parteisekretären und Agitatoren, Zitat, war das Ziel. So stand es im Zirkular des Parteivorstands vom 5. Juli 1907. Es sollte ArbeiterInnen ermöglichen, eine solide marxistische Grundbildung zu erhalten, damit diese zukünftig in der Lage seien, für die Partei Verantwortung zu übernehmen. So sollte der Einfluss der bürgerlichen Intellektuellen zurückgedrängt werden. 1906 wurde die SPD-Parteischule eröffnet. Einige Monate später wurde auf dem Parteitag der SPD bereits kontrovers über die Parteischule diskutiert. Weniger Theorie solle vermittelt werden, dafür mehr vom echten Leben. Rosa Luxemburg war selbst Dozentin an der Schule und reagierte auf solche Forderungen mit Spott. Das echte Leben würden die SchülerInnen besser kennen als die RednerInnen auf dem Parteitag. Was sie bräuchten und wölten, sei die theoretisch fundierte Analyse der Hintergründe ihrer Erfahrungen. Luxemburg und ihre Verbündeten setzten sich mit ihrer Position durch. An der Schule unterrichteten einige namhafte DozentInnen, zum Beispiel Franz Mehring und ab 1907 eben auch Rosa Luxemburg. Sie war eine besondere Dozentin, so berichteten ihre SchülerInnen. Wie sie uns zur eigenen Auseinandersetzung, zur Selbstverständigung mit den nationalökonomischen Fragen zwang? Durch Fragen, durch Fragen und immer erneutes Fragen und Forschen holte sie aus der Klasse heraus, was nur an Erkenntnis über das, was es festzustellen galt, in ihr steckte. Durch Fragen beklopfte sie die Antwort und ließ uns selbst hören, wo und wie es hohl klang. Durch Fragen testete sie die Argumente ab und ließ uns selbst sehen, ob die schief oder gerade waren. Durch Fragen zwang sie über die Erkenntnis des eigenen Irrtums hin zum eigenen Finden der hieb- und stichfesten Lösung. Luxemburgs Vorträge machten ihr breites Verständnis von Ökonomie deutlich. Diese war für sie keine isolierte Disziplin, sondern verbunden mit Kunst und Kultur, Geschichte und Politik, Naturwissenschaften und Gesellschaft. Und so stellte sie diese dann auch dar. Ihr Wunsch war außerdem, dass die Lernenden am Vormittag zwei Stunden ihren Kurs besuchten, dann den Nachmittag dem Selbststudium widmeten. Dazu gehörte, sich zu notieren, was aus dem Vormittag im Gedächtnis geblieben war. Denn Luxemburg zog es vor, dass ihre Studierenden ihr zuhörten, ohne mitzuschreiben. Die ebenfalls zur Weiterbildung zukünftiger Funktionäre gegründete Gewerkschaftsschule hingegen kritisierte sie deutlich. Zu voll seien die Stundenpläne, zu kurz die Kurse, ohne Zeit für Selbststudium und Reflexion. Luxemburg profitierte auch selbst von der Lehrtätigkeit. Sie sicherte ihr ein Einkommen und erlaubte ihr dennoch Zeit für andere, nicht bezahlte Arbeit. So konnte sie ihrem eigenen Anspruch gerecht werden, theoretische und praktische Arbeit, Lehre und Propaganda, der Begriff hatte damals noch keinen negativen Klang, zu kombinieren. Rosa Luxemburg kam dank der Parteischule auch in der eigenen theoretischen Arbeit weiter. Sie begann, basierend auf ihrer Lehrtätigkeit, ein wirtschaftstheoretisches Einführungsbuch zu schreiben. Dabei entwickelte sie einen Gedanken, der später als die ökonomische Deutung des Imperialismus in einer ihrer wichtigsten Schriften mündete, die Akkumulation des Kapitals. Luxemburg vermittelte Wissen aber nicht nur an der Parteischule, sondern auch als Agitatorin und Journalistin. In ihren Artikeln und Reden erörterte sie komplizierte Sachverhalte verständlich und nahm dabei die ZuhörerInnen und LeserInnen ebenso ernst wie die Standpunkte ihrer KontrahentInnen. Sie vollzog deren Gedanken nach, wog ab und formulierte eine Entgegnung, der es an Schärfe und an Witz selten fehlte. Mit Ausbruch der russischen Revolution 1905 bis 1907 eilte Luxemburg sofort illegal nach Warschau, wurde aber bald verhaftet und setzte ab Mitte 1906 ihre Analysen der Revolution aus dem Ausland fort. Diese Revolution prägte ihr Verständnis von politischer Organisation, Lernen und dem Verhältnis von, in den Worten der damaligen Zeit, Masse und Führung. Sie beobachtete, wie in revolutionären Situationen die Initiative zum Handeln mal von der Führung, mal von der Masse kommt, wie Kämpfe aufflammen, sich wandeln, mit anderen Kämpfen verbinden oder abflauen, auströpfeln oder niedergeschlagen werden. Diese miteinander wechselwirkenden ökonomischen und politischen Auseinandersetzungen waren für Luxemburg kein Zeichen dafür, dass die Auseinandersetzungen ungenügend vorbereitet oder durchgeführt wurden. Im Gegenteil, ihrer Einschätzung nach müssen revolutionäre Kämpfe so ablaufen. Es ist für sie daher die Aufgabe, von politischer Führung zu Luxemburgs Zeiten sind das Partei- und Gewerkschaftsführungen, dieses auf und ab als Chance für einen Lernprozess aufzufassen. Diesen müssten sie vorbereiten, begleiten, ermöglichen. Revolutionen, so sagt sie, lassen sich nicht schulmeistern. Ihr Verlauf ist nicht vorherzusehen. Die RevolutionärInnen können nicht einfach so agieren, wie sie wollen, schließlich gibt es da noch die GegnerInnen, die die Bedingungen der Auseinandersetzung durch ihr Handeln mitbestimmen. Sie nennt es ein Agieren, Zitat, mitten im unaufhörlichen Krachen, Zerbröckeln, Verschieben aller sozialen Fundamente. Daher ist für sie klar, Gerade während der Revolution ist es für irgendein leitendes Organ proletarischer Bewegung äußerst schwer, vorauszusehen und zu berechnen, welcher Anlass und welcher Moment zu Explosionen führen können und welche nicht. Auch hier besteht die Initiative der Leitung nicht in dem Kommandieren aus freien Stücken, sondern in der möglichst geschickten Anpassung an die Situation und möglichst engen Verbindung mit der Stimmung der Masse. Lernen und Aktion sind bei Rosa Luxemburg nicht getrennt, sondern auf essentielle Weise miteinander verbunden. Alles andere war für Rosa Luxemburg der Versuch, Schwimmen auf dem Trockenen zu lernen. Funktionäre müssten daher aus ihrer Sicht dazu befähigt sein, das kollektive Lernen durch gemeinsame Aktionen und deren Reflexion zu begleiten. Es ist die Aufgabe von politischer Führung, Lernen dieser Art sicherzustellen. Führung und Masse sind an der Wissensproduktion beteiligt. Alle können und müssen voneinander lernen. Der Absolutismus muss in Russland durch das Proletariat gestürzt werden. Aber das Proletariat bedarf dazu eines hohen Grades an politischer Schulung, des Klassenbewusstseins und der Organisation. All diese Bedingungen vermag es nicht aus Broschüren und Flugblättern, sondern sich nur aus der lebendigen Schule, aus dem Kampf und in dem Kampf, in dem fortschreitenden Verlauf der Revolution anzueignen. Kapitel 3 Lernen als Organisieren – Politik machen mit Luxemburg Für Rosa Luxemburg fallen Lernen und politische Organisation ineinander. Ihren eigenen Erfahrungen und Beobachtungen nach muss eine starke Organisation nicht die Voraussetzung für revolutionäres Agieren sein. Vielmehr können auch kämpferische Auseinandersetzungen zum Entstehen starker Organisationen führen. Lernen aus den Erfahrungen ist dafür zentral. Im gemeinsamen Durchdenken werden Menschen kollektiv handlungsfähig. Im gemeinsamen Kämpfen gewinnen sie Erkenntnisse und Wissen. Dafür muss das eigene Handeln aber stets, wie Luxemburg sagen würde, einer rücksichtslosen Selbstkritik unterworfen werden. Eine Herausforderung liegt dabei darin, dass das Denken und Handeln in kapitalistischen Verhältnissen auf eine bestimmte Art geprägt ist. Luxemburg nennt es Fabrikdisziplin. In der Arbeitswelt, in der Gesellschaft, in Institutionen – meist haben wenige das Sagen über viele. Diese Art der Disziplin kann erfolgreich sein. Der Preis dafür ist aber, dass Menschen dadurch systematisch entmutigt werden, mitzudenken und zu kritisieren. Und dann ihre Beiträge und ihre Ideen fehlen. Ohne allgemeine Wahlen, ungehemmte Presse- und Versammlungsfreiheit, freien Meinungskampf, erstirbt das Leben in jeder öffentlichen Institution, wird zum Scheinleben, in der die Bürokratie allein das tätige Element bleibt. Das öffentliche Leben schläft allmählich ein. Unter ihnen leitet in Wirklichkeit ein Dutzend hervorragender Köpfe und eine Elite der Arbeiterschaft wird von Zeit zu Zeit zu Versammlungen aufgeboten, um den Reden der Führer Beifall zu klatschen, vorgelegten Resolutionen einstimmig zuzustimmen. Im Grunde also Klickenwirtschaft. Eine Diktatur allerdings. Aber nicht die Diktatur des Proletariats, sondern die Diktatur einer Handvoll Politiker. Das heißt Diktatur im reinbürgerlichen Sinne, im Sinne der Jakobiner Herrschaft. So formuliert Luxemburg ihre solidarisch gemeinte Kritik am Verständnis der Bolschewiki von der Diktatur des Proletariats während der russischen Revolution von 1917. Ein von Luxemburg inspirierter kollektiver Lernprozess, der sich mit politischer Organisierung verbindet, kann an eigenen Erfahrungen ansetzen. Wie bin ich allein und gemeinsam mit anderen in die herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse eingebunden? Welche Erfahrungen machen wir dabei? Wo profitieren wir davon? Wo werden wir benachteiligt? Welche Ursachen stecken hinter den Bedingungen, die uns das Leben schwer machen? Ausgehend von diesem gemeinsamen Verständnis kann dann eine Handlungsperspektive entwickelt werden. Welche Veränderungen sind nötig? Und was können wir tun, damit diese Änderungen geschehen? Erfolge und Misserfolge so angegangener gemeinsamer Kämpfe müssen dann kontinuierlich ausgewertet werden, um gemeinsam klüger daraus zu werden. Die meisten von uns haben viel mehr Erfahrung damit, in nicht-kollektiven, in nicht-gleichberechtigten Settings zu leben, zu arbeiten, zu lernen oder politisch aktiv zu sein. Vielleicht stört es uns, wenn immer die Gleichen sprechen, Verantwortung übernehmen oder übernehmen müssen, während andere sich fast nie einbringen oder einbringen können. Wir fragen uns, warum Gruppen mit vielen starten und dann immer kleiner werden, bis nur noch ein Kern übrig bleibt, der sowieso schon überlastet ist. Es wäre schön, wenn wir unsere Art, miteinander politisch aktiv zu werden, ändern könnten. Wenn wir Orte, Zeit, Geduld hätten, dass alle sich einbringen, alle mitsprechen, alle ihre Kritik äußern und wir nicht trotzdem, sondern genau deshalb gut und zielstrebig miteinander arbeiten. Abschluss. Offene Fragen, die sich daraus ergeben. Rosa Luxemburg hat wichtige Fragen für das Verhältnis von Lern und politischer Organisation aufgeworfen. Zwei davon sollen zum Abschluss angerissen werden. Erstens. Nehmen wir Luxemburgs Gedanken ernst, dann fragt sich, wie eine politische Organisation beschaffen sein muss, die Lernprozessen, und zwar so, wie Luxemburg sie beschrieben hat, Raum gibt. Wie muss das Setting für einen Lernprozess aussehen, der das gewährleistet? Politische Bildung aus linker Sicht und zwar gestaltet als politische Organisation muss, um dies zu bewerkstelligen, inhaltlich, methodisch und von den Rahmenbedingungen her so ausgerichtet sein, dass es gelingt, gemeinsam gesellschaftliche Prozesse zu analysieren, Aktivitäten zur Überwindung von Herrschaft zu planen und den Gehorsam, auch Gehorsam gegenüber denen, die aus unserer Sicht das Richtige wollen, zu überwinden. Zweitens. Müssen wir unser Verständnis von Politik machen verändern? Politisch aktiv sein heißt nach Luxemburg gemeinsames Agieren und Lernen. Es bedeutet, dass möglichst viele Menschen die Fähigkeit entwickeln, die jeweils aktuelle Situation zu analysieren und Handlungsmöglichkeiten zu identifizieren, diese auszuprobieren und aus den dabei gemachten Erfolgen oder Misserfolgen Schlüsse zu ziehen. Politisches Handeln heißt in diesem Verständnis, im Bestehenden das Lernen und Handeln in gesellschaftsverändernden Zeiten vorzubereiten. Wie das gelingen kann, ist eine der Fragen, die uns Rosa Luxemburg hinterlassen hat.